Hey, mein Name ist Tom und jetzt seht ihr noch mein altes Motorrad. Doch heute ist der Moment gekommen, wo ich euch mein neues Motorrad vorstellen möchte. So lange haben wir gesucht, so lange habt ihr darauf gewartet und es wird gleich der Moment kommen, wo ich hier ins Bild mit euch fahren werde. Leute, ich brauche jetzt Trommelwirbel. Dieses Motorrad hat Tuning Parts verbaut schon. Also ich warne euch jetzt schon mal vor, es ist getunt. Und es ist der gelbe Teufel auf den Straßen, der Kurvenliebling und der Geländeking. Aber jetzt genug der Vorworte, ich werde nur ins Bild kommen. Ich bitte um massivsten Trommelwirbel von euch. Also trommelt eure Tische nieder, ich komme ins Bild. Hey, mein Name ist Tom und das ist Tom Tour. Hier möchte ich euch mein neues Motorrad vorstellen. Ich habe nämlich nach langer Überlegung nun für dieses Motorrad entschieden. Die Leistung war so prachial, dass ich mich da drauf gesetzt habe. Mit der Lederkombie und alles, das wirkt einfach optisch perfekt. Ich glaube wir werden mit diesem Motorrad viel Spaß haben und ich freue mich schon auf den Großglockner, auf Italien, auf Tirol mit dem Bike. Ihr werdet viel sehen von dem Motorrad. Ich hoffe euch gefällt es. Schreibt mir mal jetzt in die Comments, ob euch das Motorrad gefällt. Und nächste Woche kommt dann ein Vorstellungsvideo von meinem nächsten Motorrad hier. Ja, mein Name ist Tom. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen 1. April. Haut rein und fiert bei euch. Was ist das so? Ist doch ein witziger April-Schatz. Kommen Sie auch mal, dass der April-Schatz war. Kommen Sie auch mal, dass der April-Schatz war.